So, schaut mal liebe Leute, ich bin da am Vorbereiten für unsere Touren, dass man ein bisschen Infomaterial mit hat. Aber um das geht es jetzt gar nicht, sondern es waren ja die 1000 Abonnenten erreicht und es gibt ein Gewinnspiel und wahrscheinlich habe ich die Einreichdauer ein bisschen lang gemacht. Erinnerung bis 10. April kann man noch mitmachen. Ich verlinke da oben das Video, die 1000 Abonnenten Gewinnspiel. Gehen tut es darum, dass man, wenn man so ein Sackerl gewinnen mag, drei gibt es, die hat meine Frau selber gemacht, das haben wir mal ausdrücken lassen und made with love, was sicher stimmt. Alles drum und dran, also so ein alter Sackerl. Also wer noch mitmachen mag, eine E-Mail, eine E-Mail-Adresse checken auf der Homepage mit einem Pressum oder ihr könnt es auch über das Kontaktformular schreiben, das reicht. Ich mag ein Sackerl und euch einen Namen mal dazu. Und dann seid ihr am 10. bei der Ziehung dabei. Okay, also es lohnt sich ja. Es ist noch nicht recht viel los, basta. Ich bin eh vergrund, dass es einen kleinen Pott gibt, weil dann sind nicht die Chancen für jeden Hecher. Tschüss dabei.